Musik Heute ein kurzer Vlog über unsere mehrjährigen Stauden- und Blumenzwillen-Konzepte TramVivas und TramRobust. Je nach Winterbedingungen ist jetzt der Zeitpunkt, die Pflanzen zurückzuschneiden oder zu mähen. Wenn die Temperaturen leicht ansteigen, beginnen die Blumenzwillen bald ihre Nasen aus dem Boden zu strecken. TramRobust-Konzepte sind sehr robuste Anlagen. Sie können sie einfach mit einem Freischneider knapp über den Boden mähen. Wenn sie fein genügend sind, können sie die abgestorbenen Blätter als Mulch belassen werden und den Gehalt an organischen Stoffen in den Boden zu verbessern. Oder sie können entsorgt werden. TramVivas Pflanzen sind vielfältiger und sollten mit einer Schere zurückgeschnitten werden. Wintergrünen Pflanzen werden bis auf eventuelle Töte, Blütenstängel oder sehr lange Triebe in Rühen gelassen. Pflanzen mit mehr Holzstillen wie Lavandula berowskia schneiden wir nicht zu weit zurück, damit sie in den kommenden Monaten nicht erfrieren. Die einfacheren Pflanzen wie Alcimilla und Viranium schneiden wir bis kurz über den Boden. Danke sehr und der Frühling kommt! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017